Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor 8. Ich habe Ihnen ein Foto mitgebracht, das charakterisieren soll, was uns in den nächsten 24 Stunden erwartet. Nochmal ein bisschen Winter, nicht so viel Schnee wie hier auf diesem Foto zu sehen. Das stammt aus dem Dezember 2022 von Thorsten Brehme im Harz aufgenommen. Aber in den nördlichen und in den mittleren Mittelgebirgen, also Harz, Thüringer Wald, Röhn, bis rüber zur Eifel, Sauerland, Hunsrück im Taunus, da wird es morgen früh und auch am Vormittag durchaus ein paar Flocken geben können. Denn ein Kaltlufttropfen bewegt sich auf und zu. Ein Kaltlufttropfen, so bezeichnen wir, den Begriff haben Sie bei uns bestimmt schon ab und zu gehört, ein Höhentief, das angereichert ist mit kälterer Luft und deshalb ist diese Luft dort auch ziemlich wetterintensiv und wetteraktiv. Nur mal zum Vergleich, in 5,5 Kilometern Höhe befindet sich hier heute unter diesem Kaltlufttropfen die Temperatur bei minus 33, minus 34 Grad. Gleichzeitig dort, wo es den nicht gibt, zum Beispiel über London, bei minus 21, minus 22 Grad. Das ist also schon ein ziemlicher Temperaturunterschied. Und dieser Temperaturunterschied führt dazu, dass wir diese Wolken hier sehen, die diesen Kaltlufttropfen ausmachen. Und das sieht aus wie ein Tiefdruckgebiet. Das Interessante, das Ding bewegt sich aus Osten, kommt zu uns herein. Und das ist eben nicht nur eine Bewölkung, aus diesen Wolken heraus fällt auch Regen. Aber zunächst mal zu den Temperaturen, die auch zeigen, das sind die aktuellen Temperaturen von 19 Uhr. Unter diesen Wolken, da wo diese kalte Luft schon da ist, nur 4 bis 5 Grad, wie in Chieming, in Chemnitz oder in Berlin, dort, wo noch nichts von dieser kalten Luftmasse zu spüren ist, sind es noch 11 bis 14 Grad. So, jetzt kommt das Ganze aber weiter voran zu uns hat Deutschland. Und mit diesen Wolken kommt eben der Regen voran, bei nur 4 bis 5 Grad. Und deshalb verwundert es auch nicht, dass wenn dieser Regen dann hier im Harz, im Thüringer Wald, später im Rothaargebirge auf die Mittelgebirge trifft, dass dann die Schneefallgrenze bei zum Teil nur 400 bis 500 Meter liegt. Wir schauen weiter nach vorn. Wir sehen zunächst, dass dieser Kaltlufttropfen uns vor allem morgen beschäftigen wird. Dann bleibt es kühl, aber dann zum Freitag, zum Samstag fließt deutlich wärmere Luft zu uns. Temperaturen von über 20 Grad sind dann möglich, sozusagen als positiver Ausgleich. Wir sehen die Nacht und da schieben sich diese Wolken von Osten, kommt weiter nach Westen voran. Wie gesagt, Schneefallgrenze in den Mittelgebirgen, habe ich schon erwähnt. Auch am Alpenrand übrigens wird es in den höheren Lagen schneien. Und die Temperaturen gehen relativ weit zurück. Morgen früh liegen die Werte bei 0 bis 5 Grad. Im Norden sind es 4 bis 7 Grad. Eine kalte Nacht also. Und morgen Vormittag geht das auch mit vielen Wolken und eher nasskalt weiter. Vor allem dann im Hunsrück und in der Eifel. Weitere Schneefälle oberhalb von rund 400 bis 500 Metern. Dahinter hört aber dann auch der Regen bald auf. Das heißt, es wird trockener. Im Nordosten ist es schon ziemlich sonnig am Vormittag und am Nachmittag. Die sonnigste Region wirklich der Nordosten. Dann wird es hier ziemlich schnell, ziemlich sonnig, wenn diese ganzen Wolken weitergezogen sind. Aber im äußersten Westen, vor allem Rheinland-Pfalz, NRW, bleibt das Ganze aktiv, dieses Höhentief. Und es kann dann auch am Nachmittag weitere Schauer oder auch Gewitter geben. Zum Teil mit Graupel oder eben in der Eifel auch am Nachmittag zumindest teilweise noch mit Schnee vermischt. Die Temperaturen liegen dann aber dort auch schon in höheren Lagen bei Plusgraden. Plus 5 Grad dürften es werden. Sonst sind es meistens nur so Werte um rund 10 Grad. Aber je weiter man nach Osten kommt, hinter diesem Kaltlufttropfen, fließt nämlich aus Osten wärmere Luft hinterher. Sehen wir eben auch in der Uckermark die 18 Grad, die hier morgen Nachmittag möglich sind. Der Wind weht allgemein weiter, ziemlich frisch, vor allem im Norden auch kräftig, aus östlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, jetzt sehen wir die höheren Temperaturen. Am Freitag im Norden, im Osten auch in der Mitte anfangs viel Sonnenschein, später aus Südwesten ein paar Schauer oder einzelne Gewitter. Bis 21 Grad, der Samstag sogar noch etwas wärmer, oftmals recht freundlich. Aber im Westen, im Südwesten wird es durchaus wechselhafter weitergehen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017